Die Hämorrhoiden sind bei jedem erwachsenen Menschen vorhanden, sobald sie Probleme machen, sobald sie vergrößert sind, spricht man von einem Hämorrhoidal Leiden. Die können jucken, brennen, bluten und auch selten schmerzen. Die Hämorrhoiden im Anfangsstadium kann man mit Salben oder Veröden oder Gummibandligatur behandeln, wobei auch eine zentrale Rolle die Ernährungsumstellung spielt, zum Beispiel die ballaststoffreiche Ernährung für Flüssigkeit, sodass man einen lockeren, leichten Stuhlgang hat. Sobald die Hämorrhoiden fortgeschritten sind, es gibt viele operative Methoden, die man einsetzen kann. Dabei unterscheidet man Verfahren, wo man dann Gewebe entfernt und auch minimalinvasive Verfahren, wo man einfach die Gefäße unterbindet oder auch die Schleimhaut rafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.